Hallo und willkommen zurück bei einem neuen kleinen Unboxing hier bei uns bei meint your own business und ihr seht es wie immer schon, heute gibt es wieder einen Film und zwar eine Steelbook Edition um genau zu sein und zwar feiert der Film Donnie Darko ja sein 20 jähriges Jubiläum, ja die Zeit rennt weg und er ist in einer digital restaurierten 4K Fassung erschienen mit 2 UHDs und über 4 Stunden Extras. Enthalten sind Kinofassung und der Director's Cut. Wer den Film kennt, weiß beim Director's Cut gibt es nochmal zusätzliche Anmerkungen zum Zeitreisebuch und auch noch ein bisschen andere Musikauswahl. Ist auf jeden Fall immer die Version, die ich wähle. Bisher hatte ich immer, mal kurz im Vergleich, dieses Steelbook mit der alten DVD, auch Director's Cut, deutlich schwerer, ein bisschen größer, war auch prall gefüllt mit Extras damals, hier mit einem 2-Disc-Set. Und ja, der Film hat nach den Jahren nichts an seinem Kultstatus verloren, würde ich mal sagen. Wir haben auch eine Kritik dazu jetzt, jüngst endlich mal online, ist für mich immer noch eine 10 von 10 der Film. Die Effekte sind ein bisschen gealtert, aber immer noch ein Meisterwerk, wenn man Lust hat, mal nachzudenken beim Film, würde ich meinen. Hier auf der Rückseite sehen wir nochmal, was enthalten ist. Disc 1 mit der Kinofassung, Disc 2 mit dem Director's Cut, ein paar Bilder der Schauspieler, Drew Barrymore ist dabei, Jake Gyllenhaal. Und hier Patrick Srazy. Für aufmerksame Zuschauer gibt es auch noch Thess Rogan, damals noch in einer etwas jüngeren Rolle. Gucken wir uns doch mal an, was hier drin enthalten ist, bevor die Welt untergeht in 28 Tagen. So, Plastik entfernt und jetzt das Wichtigste bei einem Steelbook, Mediabook, Collector's Edition, was auch immer, das FSK-Logo verschwindet. Und so, wie wir es gerne haben, haben wir jetzt ein ganz cleanes Cover. Nochmal im Vergleich, das war selbst bei dem alten nicht, da war hier unten noch schön ein festes Logo drauf. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Auch die Rückseite schön. Hier der bekannte Briefkasten, wo niemals Post drin ist aus dem Film. Nochmal die Zeit bis zum Weltuntergang schön reingearbeitet. Und generell schöne Gestaltung, schön schlicht. Ebenso die Seite. Nur der Schriftzug des Films. Sonst, zum Film würde ich jetzt nichts weiteres sagen. Wer Interesse hat an meinem Gedanken zu diesem, unten findet ihr verlinkt unsere Kritik. Und ja, jetzt öffnen wir doch mal, was Frank der Hase so vor uns zu verstecken hat. So, wir sehen, drin, recht schlicht gehalten. Wir haben links und rechts jeweils eine Version des Films, wie gerade schon angesprochen. Directors, Cut und Kinofassung. Hier nochmal die Länge im Vergleich. Die 4K Ultra HD mit dem Directors Cut geht insgesamt 134 Minuten. Die Kinofassung nur 113. Da ist nicht so viel Input drin von Regisseur Richard Kelly, der ja quasi mit dem Directors Cut nochmal ein bisschen deutlicher gemacht hat, in welche Richtung er mit dem Film gehen möchte oder was seine Gedankenansätze da sind. Macht es für den einen oder anderen, der vielleicht seinen First Watch hat, mit dem Film noch ein bisschen leichter. Weil Zeitreise, Paralleluniversen, Tangentenuniversen etc. ist jetzt nicht gerade, was man sich so nach dem langen Arbeitstag am Abend zum Abschalten nochmal angucken möchte. Ja, ansonsten, wenn man die Discs entfernt, sieht man im Hintergrund. Ja, nochmal die bekannte Kino-Szene, wo Donnie mit Gretchen und Frank sitzt und Tanz der Teufel zusammen guckt. Und ja, viel mehr lässt sich zur Ingestaltung nicht sagen. Wer Lust hat auf noch mehr Verpackungen und noch mehr Beilagen, der ist ganz gut bedient mit der noch erweiterten Version. Es gibt nämlich noch eine Limited Collectors Edition. Die beinhaltet nochmal deutlich mehr. Die verlinke ich euch auch mal unten. Und ja, ich kann jetzt mein altes Steelbook zur Seite legen und werde in Zukunft lieber schön auf die restaurierte 4K-Fassung zurückgreifen. Denn alle Jahre wieder ist Donnie Darko ein Film, den man sich auf jeden Fall angucken kann. Oder wie seht ihr das? Ich bedanke mich, dass ihr bei diesem kleinen Review-Unboxing dabei wart. Und bis zum nächsten Mal hier bei Mind Your Own Business.